Es wird eine turbulente Woche werden, das kann ich jetzt schon versprechen. Und die Kurse an der Börse, auch hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, könnten ganz schön unter die Räder kommen. Ein Grund dafür ist natürlich der Ukraine-Konflikt, der sich immer weiter zuspitzt und eine Lösung ferner denn je entfernt zu sein scheint. Wir wollen uns aber auch mit den bunteren Seiten der Wirtschaft befassen, unter anderem mit dem Super Bowl. Dazu gibt es später ein Schaltgespräch nach Los Angeles. Und Blumen sind unser Thema. Und was gibt es Schöneres, als die Woche mit Blumen zu beginnen? Es ist Valentinstag heute, an diesem 14. Februar. Da erinnert man daran, dass an einem 14. Februar im dritten Jahrhundert nach Christus ein Valentin geköpft worden ist. Er starb den Märtyrer tot, weil er als Bischof von Rom Paare getraut hat, was ihm eigentlich verboten war. Außerdem soll er ihnen aus Anlass der Trauung Blumen verehrt haben. Anlass genug für Verliebte, sich fortan Blumen zu schenken. Und aus diesem netten Brauch hat sich ein Milliardengeschäft entwickelt weltweit. Und das Blumengeschäft ist auch nicht ganz unbedeutend in Deutschland. In dem vergangenen Jahr wurde mit Pflanzen und Blumen 10,3 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist ein Plus von fast 10 Prozent. Ein Drittel dieses Umsatzes entfällt auf Schnittblumen. Und pro Kopf geben die Menschen in Deutschland jedes Jahr etwa 40 Euro für Blumen aus. Heute also Valentinstag. Und Anlass eben auch beim Bund der deutschen Floristen mal nachzufragen, wie wichtig denn diese Branche auch für die deutsche Wirtschaft ist. Und dazu begrüße ich Frau Nicola Fink. Sie ist Sprecherin des Fachverbandes Deutscher Floristen. Einen guten Morgen, Frau Fink. Haben Sie denn schon einen Blumenstrauß heute bekommen oder einen verschenkt? Einen schönen guten Morgen? Ja, natürlich. Ich bin heute Morgen schon mit Blumen begrüßt worden. Das gehört einfach dazu. Vor allen Dingen auch, wenn man in dieser wunderschönen Branche arbeitet. Und von daher bin ich tatsächlich blumig in die Woche gestartet. Das ist ein sehr schöner Start in die Woche, muss man sagen. Wie wichtig ist denn dieser Valentinstag allgemein für die Floristinnen und Floristen in Deutschland? Der Valentinstag ist schon ein bedeutender Tag für unsere Branche, weil er im Prinzip ja auch der Auftakt in ein Blumenjahr ist. Also es ist sozusagen der erste Blumenschenktag im Jahr, neben dem Frauentag oder auch dem Muttertag, der dann später im Jahr folgt. Und der Valentinstag hat tatsächlich eine Bedeutung. Da ist sich in den letzten Tagen sehr, sehr vorbereitet worden in den Blumenfachgeschäften. Man hat viele Arrangements schon gefertigt, Sträuße vorbereitet, damit die Kunden nicht warten müssen an diesem Tag, wo auch ein bisschen das Aufkommen sich erhöht. Und von daher durchaus ein Tag, der für die Floristen eine Bedeutung hat und wo sie sich auf ganz viele Kunden freuen. Wir haben es eben gesehen, der Markt für Pflanzen und Blumen ist im vergangenen Jahr gewachsen. Gilt das auch für die Blumen im Speziellen? Auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich erlebt, dass Schnittblumen und Pflanzen gerade jetzt in diesen Zeiten der Krise sich als ein echter Anker erwiesen haben, als ein emotionaler Anker. Die Menschen, die konnten sich nicht in der Form nahe sein, wie sie sich das gewünscht haben. Man war sehr viel zu Hause, man ist im Homeoffice. Und ja, was ist dann schöner, als wenn man sich da einfach auch durch einen schönen Blumenstrauß oder Pflanzen inspirieren lässt und das sich zu Hause schön macht? Und das haben wir sehr, sehr wohl erlebt. Und darüber freuen wir uns auch, dass unsere Produkte ja so eine Wertschätzung erfahren. Auf der anderen Seite, ja, was unseren Kolleginnen und Kollegen in der Branche natürlich gefehlt hat, das waren die Veranstaltungen aller Art. Sämtliche Feiern, sowohl öffentlicher als auch privater Formen, sind ja weggefallen in den letzten zwei Jahren, kann man sagen. Und von daher, ja, ist das ein Thema, was uns natürlich bewegt. Aber auf der anderen Seite freuen wir uns auch über die Wertschätzung für floristisches Handwerk und für unsere Produkte. Das heißt also, die Blumenbranche als Corona-Profiteur zu bezeichnen, greift zu kurz? Das würde ich sagen, das greift zu kurz, ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir uns über diese Wertschätzung und die Affinität der Menschen, der Wunsch der Menschen, sich mit Blumen und Pflanzen zu umgeben, sehr freuen. Aber wir freuen uns natürlich auch, ich sag mal, wenn die Normalität wieder einkehrt, was sich ja jetzt an vielen Stellen andeutet, und die Menschen auch wieder zusammentreffen können, sowohl, ich sag mal, im öffentlichen Raum, zu privaten Feiern, zu den verschiedensten Anlässen. Und da sind die Floristen natürlich diejenigen, die mit ihren blumigen Inszenierungen diese Veranstaltung wunderschön begleiten können und einfach auch die Atmosphäre schaffen können. Das sind wir einfach die Experten und da freuen wir uns darauf, wenn wir da auch wieder richtig loslegen können. Wenn man sich mit Lebensmitteln eindeckt, dann fällt an der Supermarktkasse auf, da stehen auch ganz viele Schnittblumen und die werden auch reichlich gekauft. Wie groß ist denn die Konkurrenz von solchen Supermärkten für das kleine Blumengeschäft um die Ecke? Die ist schon erheblich. Die ist schon erheblich. Das muss man ganz klar sagen. Blumen und Pflanzen sind ein, ja, ich sag mal, ein Impulsgeber, auch in der Supermarktkasse. Die Menschen versorgen sich gerne damit. Und ja, da muss man dann aber einfach im Gegenzug dazu schauen, was bietet der Fachhandel? Nämlich all das, was der Supermarkt nicht leisten kann. Alles das, was ich, wir nennen es die florale Dienstleistung, die Beratung, die Qualitäten, die Sortenvielfalt. Ja, das floristische Handwerk, die, ich sag mal, das anlassbezogene, individuelle, kreative, was der Florist qua seiner Ausbildung erlernt, dass er auch im Stil von Trends, Lifestyle, blumige Kreationen schafft. Ja, immer direkt auf den Wunsch des Kunden bezogen. Das ist etwas, was der Supermarkt so in dieser Form nicht leisten kann. Da geht es doch schon eher um standardisierte Produkte. Und ja, das ist einfach das, was den Fachhandel ausmacht. Und da stehen wir auch ganz selbstbewusst dazu. Wir haben einen wunderschönen, kreativen Beruf. Und von daher sind wir da eigentlich mit stolz geschwellter Brust unterwegs. Wie viele Blumengeschäfte gibt es etwa in Deutschland? Wir gehen von circa 8000 Blumengeschäften aus in Deutschland. Und Sie haben gerade gesagt, das ist ein kreativer Beruf. Sie beschreiben ihn als einen schönen Beruf, einen vielfältigen Beruf. Haben Sie denn auch genug Nachwuchs, der diesen Beruf auch lernen möchte? Da bedanke ich mich für die Frage bei Ihnen, Herr Wolf. Nein, wir suchen tatsächlich dringend. Und ich denke, dass unser Beruf leider oftmals auch unterschätzt wird. Und ich kann einfach nur dazu einladen, sich mit diesem Beruf zu beschäftigen. Es geht um so viel mehr, als um den Blumenstrauß zu binden. Das ist eigentlich auch einer der wunderschönsten Aufgaben der Floristen. Die Blumensträuße, die nennen es oft die Königsdisziplin. Der ist nämlich viel anspruchsvoller zu binden, als wie man es sich das so gemeinhin vorstellt. Aber es geht um so viel mehr. Es geht auch um große florale Konzepte für Veranstaltungen, große Veranstaltungen. Es geht um Messen, die wir blumig begleiten. Es geht um die ganzen Feierlichkeiten, die den Menschen durch sein gesamtes Leben begleiten. Im Prinzip von der Geburt bis zu seinem Tod. Das ist es, was Floristen begleiten. Wofür sie die richtigen Ansprechpartner sind, um auch die Wünsche, Bedürfnisse, die Emotionalität der Kunden zu erfassen und die Kunden dort abzuholen. Das alles gehört zu diesem wunderbaren Beruf dazu. Und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr junge Menschen sich dafür entscheiden und sich darauf einlassen. Und er ist sehr, sehr vielfältig und man kann in ganz verschiedene Richtungen gehen. Es muss nicht nur beim Florist im Blumengeschäft stehen bleiben. Man kann als Referent tätig werden, man kann als Messegestalter oder Messeflorist werden, man kann auf Schiffen arbeiten, man kann in so unterschiedliche Bereiche gehen. Das ist sehr faszinierend und da gibt es ganz viele Facetten. Und da würde ich mir wünschen, dass sich mehr junge Menschen dafür entscheiden. Vielleicht geht dieser Wunsch ja in Erfüllung und es kommen ein paar Bewerbungen dazu nach diesem Gespräch. Vielen Dank, Nicola Fink vom Fachverband der Deutschen Floristen. Also ein vielfältiger Beruf, der durchaus einen Blick wert ist. Mehr als einen Blick wert war sicherlich das größte sportliche Einzelereignis des Jahres. Das ist der Super Bowl in den USA. In den USA selbst haben 100 Millionen Menschen dieses Spiel verfolgt. Weltweit waren es 800 Millionen Menschen, die dabei natürlich nicht nur mit Knabberkram und kalten Dosengetränken für jede Menge Umsatz gesorgt haben, sondern auch mit vielen anderen Konsumartikeln und nicht zuletzt natürlich den Tickets, die man dann in Los Angeles selbst lösen konnte. 100.000 Stück waren es an der Zahl, die Menschen, die live dieses Ereignis bewundern konnten. Welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat, das möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Katharina Wilhelm im Studio Los Angeles besprechen. Frau Wilhelm, schönen guten Morgen. Die Tickets haben ja in Los Angeles um die 600 Dollar gekostet. Am Schwarzmarkt hat man schnell mehrere Tausend Dollar hinblättern müssen. Wer verdient an diesem Riesenspiel, an diesem Mega-Event? Ja, vor allem natürlich die National Football League, die NFL. Sie haben es ja eben schon gesagt, die hat Tickets verkauft. Die günstigsten Tickets im Vorfeld wurden verlost für etwa 600 Dollar. Das sind ungefähr 500 Euro. Das waren aber nur einige wenige so günstige Tickets. Viele Tickets sind natürlich auch sehr viel teurer gewesen. VIP-Tickets, Tickets der Luxusklasse. Die NFL lässt nicht ganz raus, wie viel sie letzten Endes an diesen Tickets verdient. Aber man muss mindestens zwischen 60, 70 Millionen Dollar allein für die Ticketverkäufe rechnen. Die Tickets sind ja das eine. Das andere ist das Merchandising, die Kappen, die man kauft oder die Trikots, die Fähnchen. Was verdient die NFL daran? Also der Superbowl dürfte wirklich einen dicken Millionenbetrag in die Kassen der NFL spielen. Ich habe ja mich selber mal umgeschaut. Downtown Los Angeles, da gibt es ein großes Convention Center. Da können dann die ganzen Fans rein, werden reingeschleust sozusagen. Es gibt eine riesige Merchandising-Abteilung mit Kappen, Bällen. Alles, was man sich da eben vorstellen kann, was das Fanherz begehrt, kann dort gekauft werden. Und in den letzten Tagen sind da sicherlich auch einige hunderttausend Millionen umgesetzt worden. Das ist das eine. Aber der dicke Fisch für die NFL ist tatsächlich nochmal was ganz anderes, nämlich die TV-Übertragungsrechte. Das muss man sagen. Die NFL lässt nicht ganz raus, wie viel sie da bekommt von den TV-Sendern. Das liegt daran, dass die NFL aus 32 Teams besteht, die privat geführt werden und die tatsächlich nicht so Einblick gewähren müssen. Aber Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass tatsächlich die NFL im Jahr etwa drei Milliarden US-Dollar verdient, allein an den TV-Übertragungsrechten. Und das macht die NFL eben zu einer der lukrativsten Sportligen der Welt. Das ist das eine. Das andere ist etwas, was eher selten vorkommt. Es hat nämlich ein Heimspiel gegeben. Die Los Angeles Rams haben die Cincinnati Bengals empfangen und haben dann auch letztendlich in letzter Minute quasi das Spiel ja für sich entschieden. Welche Bedeutung hat denn dieses Spiel, dieses Event, dieses Heimspiel und dieser Heimsieg für die Wirtschaft in Los Angeles? Ja, natürlich ein ganz immenser Faktor für diese Stadt. Also man hat ausgerechnet etwa 477 Millionen US-Dollar soll die Stadt Los Angeles an Mehreinnahmen jetzt eingenommen haben, weil die Fans in die Stadt gekommen sind. Man rechnet mit etwa 150.000 Besuchern in der Stadt. Die gehen natürlich in Restaurants, die sind im Hotel, die gehen dann auch noch vielleicht shoppen in ein paar Tagen. Es ist ja auch ganz hübsch hier in Los Angeles. Man kann auch das ein oder andere tun. Und vor allem die Stadt Inglewood, wo das SoFi-Stadion steht, also wo ja das Spiel stattgefunden hat. Das ist ein Vorort von Los Angeles, ein wirtschaftlich und strukturell eher schwacher Vorort. Der hat wirklich darauf gehofft, von diesem Super Bowl extrem zu profitieren. Ich habe mir das auch mal im Vorfeld angeschaut. Da gab es wirklich Menschen, die klar in Restaurants arbeiten, die darauf gehofft haben, dass viel mehr Besucher in diesen Stadtteil kommen, die vielleicht sonst nicht gekommen wären. Aber auch Privatleute haben zum Beispiel ihre Parkplätze vermietet und das zu dicken Preisen. 100 bis 400 US-Dollar habe ich tatsächlich gesehen für einen Parkplatz für dieses Spiel. Kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, aber in einer Autostadt in Los Angeles, wo es kaum öffentlichen Nahverkehr gibt, zahlt man letzten Endes wahrscheinlich sogar diese Preise. Also insofern verdienen zum einen die Hoteliers, die Restaurantbetreiber, aber eben tatsächlich auch die ganz normalen Menschen in dem Vorort in Inglewood an diesem Super Bowl. Man kann es sich in der Tat kaum vorstellen, vielleicht im Kleinen, wenn es ein Fußball-Länderspiel gibt hier in Deutschland, da steigen auch die Umsätze mit neuen Fernsehern, die gekauft werden. Natürlich steigt der Umsatz mit Kaltgetränken, unter anderem Bier und man bestellt sich auch mal eine Pizza. Wie sieht das in den USA aus? Welche Branchen profitieren von so einem Mega-Event wie dem Super Bowl? Es sind natürlich auch vor allem die Lebensmittelbranchen. Und da gibt es ja in jedem Jahr diese wunderbaren, irren Zahlen, die wir dann immer gerne lesen. Also 50 Millionen US-Dollar sollen die Amerikaner ausgeben für den Super Bowl. Da werden 11 Millionen Pizzen bestellt, 120 Millionen Liter Bier getrunken und eine Milliarde Chicken Wings soll der Amerikaner tatsächlich verputzen an diesem einen Tag. Und das liegt natürlich daran, dass das hier mehr ist eben als nur ein Sport-Event. Da kommt die ganze Familie zusammen, da werden Freunde eingeladen. Wer sich nicht für den Sport interessiert, den interessiert vielleicht die Halbzeit-Show mit den vielen Stars, die auftreten. Und dann trifft man sich hier eben im Garten und feiert zusammen. Und das ist eben ein immenser Wirtschaftsfaktor, weil das die ganze USA und letzten Endes, wir haben es ja auch gesehen, die ganze Welt letzten Endes vereint. Also insofern, ja, vor allem die Lebensmittelindustrie, die verdienen natürlich in erster Linie an diesem Tag auch. Ist das der Grund dafür, dass die Unternehmen auch bereit sind, Millionenbeträge aufzugeben, um mal für 30 Sekunden in einer kurzen Pause im Fernsehen zu verschallen mit einem Werbespot? Ja, man muss sich ja vorstellen, also nicht nur die USA, sondern die ganze Welt schauen ja zu. Das heißt, wenn man etwas Interessantes platzieren möchte, wenn man eine gute Imagewerbung machen möchte, dann schaltet man zum Superbowl. Und wir haben es ja auch gesehen, also viele internationale Unternehmen werben beim Superbowl. Es wird danach tagelang über die Werbespots geredet, weil die besonders kreativ sind, weil besonders viele Stars auftreten, von Arnold Schwarzenegger und Selma Hayek eben bis, ja, andere Stars, die natürlich dann auch wieder zu sehen sind, die Werbung machen für ihre Serien, für ihre neuen Filme. Also das ist eben auch alles ein großer Wirtschaftsfaktor, der mit da dran hängt. Also letzten Endes auch Hollywood und Entertainment natürlich. Ja, Sie haben es gesagt, BMW hat einen Werbespot geschaltet und Arnold Schwarzenegger für die Hauptrolle quasi gewinnen können. Und damit sind wir quasi in Deutschland. Es hat die Nachricht gegeben vor dem Wochenende, dass zukünftig ein Spiel der Saison abwechselnd in Frankfurt oder in München stattfinden soll. Erste Frage, warum macht man das seitens der NFL? Und zweitens, gibt es da für die Deutschen auch was zu verdienen? Also erste Antwort ist natürlich, weil die Footballbegeisterung in Deutschland auch gewachsen ist, viel, viel größer geworden ist. Und die NFL, das beantwortet sich dann mit der zweiten Frage, die möchte daran verdienen. Und ich glaube, auch in Deutschland hat man Interesse daran, die NFL zu sich zu holen und auch daran zu verdienen. Ich habe hier am Rande des Superbowls mit einem Vertreter der Stadt München gesprochen, die sich hier präsentiert haben, die auch nochmal gesagt haben, wie toll man in München feiern kann. Dass es da nicht nur das Oktoberfest gibt, sondern dass man natürlich auch sonst guter Gastgeber ist mit dem FC Bayern München und so weiter und so fort. Peter Feldmann, der Frankfurter Oberbürgermeister, hat auch per Videoschalte für Frankfurt geworben. Und allein die Stadt München rechnet mit Mehreinnahmen von etwa 30 Millionen Euro und sagt etwa 500.000 an Steuereinnahmen sollen dazukommen am Pro-Spieltag. Also das sind natürlich auch nochmal immense Summen. Und natürlich gilt auch das Sportliche. Man freut sich logischerweise auch, dass es eben einen tollen sportlichen Anreiz gibt und dass diese großen amerikanischen Teams dann nach Deutschland kommen. Milliardengeschäft, American Football und ein paar Krümel fallen jetzt auch für die Deutschen ab. Vielen Dank nach Los Angeles. Schöne Grüße, Katharina Wilhelm. Ja, in der Tat wird es wahrscheinlich höchste Zeit, sich mal mit den Regeln dieses Spiels auseinanderzusetzen. Wenn zukünftig mal mindestens ein Spiel in Deutschland stattfinden wird von der National Football League. Es gibt aber auch Ligen hier in Deutschland und die Mannschaften spielen auch gar nicht mal so schlecht. Genug vom Sport. Es geht um ernstere Themen auch hier und heute in der Wirtschaft. Da haben sich einige Kursbewegungen abgezeichnet, die ganz deutlich zeigen, wie groß die Verunsicherung ist rund um den Ukraine-Konflikt. Die Ölpreise ziehen kräftig an. Man befürchtet, dass es zu Versorgungsengpässen kommt. Und ein Fass der Nordsees-Orto-Brand nähert sich wieder dem Preis von 100 Dollar. Das hat es wirklich lange nicht mehr gegeben. Die Moskauer Börse ist eingeknickt. Zur Stunde verliert der Leitindex dort über drei Prozent an Wert. Und auch der russische Rubel hat an Wert verloren. Das heißt also unterm Strich, die Menschen, Anlegerinnen und Anleger ziehen ihr Geld aus Russland zurück. Warum die das machen, liegt zwar auf der Hand. Aber zu den tieferen Gründen möchte ich dann mit Robert Halver sprechen. Er verantwortet das Wertpapiergeschäft bei der Baader Bank. Guten Morgen, Herr Halver. An diesen Kursbewegungen kann man da tatsächlich die Unsicherheit spüren? Guten Morgen, Herr Frankfurt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ein Riesenproblem, so eine Kriegssituation, so eine mögliche, ist ein Riesenfragezeichen. Krieg und Frieden oder besser, frei nach Lio-Tolstoi, Krieg oder Frieden, beschäftigt ja die Börsianer. Weil wenn es zur Explosion kommt, würden ja, Sie haben es gerade gesagt, die Gaspreise, Ölpreise noch weit nach oben schießen. Unabhängig davon, was dann eben auch für die Energiesicherheit für Europa und Deutschland dann damit verbunden ist, dann würde es ein sibirischer Winter geben. Und dann hätten wir eine dramatische Inflationsbesteuerung noch einmal auf das, was wir ohnehin schon haben. Das kann im Augenblick niemand brauchen. Dann müssten die Notenbanken dann doch vielleicht strikter reagieren, als sie das gemacht haben. Also all das ist eine sehr unsichere Gemengelage und Unsicherheit. Das mag an der Börse überhaupt niemand. Auf der anderen Seite gibt es ja das schöne Börsensprichwort Kaufe, wenn die Kanonen donnern. Da scheint überhaupt nichts dran zu sein, oder? Im Augenblick sehr schwierig, weil eben was dahinter kommt. Sehr schwierig ist die Zweitrundeneffekte sozusagen, die Konsequenzen. Die Energiesicherheit, die hohen Energiepreise, das tut ja sehr weh dann eben auch. Wir sind ja leider in Deutschland so 50 Prozent auf russisches Gas angewiesen. Und andere Lieferanten können so viel jetzt so schnell nicht liefern. Kann man hoffen, dass der Winter nicht so hart wird. Aber dann zu sagen als Anleger, jetzt kaufe ich da mal rein, ist ein Warknis. Das kann man machen, wenn man sagt, es wird auch wieder gut. Man kann sich auch wieder einigermaßen zusammenfinden. Aber das Problem ist ja immer bei solchen Konflikten die Gesichtswahrung. Beide Seiten können jetzt nicht den kontrollierten Rückzug antreten, dann verliert man natürlich politisch an Gewicht. Das möchte man auf keinen Fall. Also jetzt ist der weise Mann, die weise Trau gefragt, den gordischen Knoten zerschlägt, damit beide Seiten da noch einigermaßen Gesichtswahrung rauskommen. Aber das hinzubekommen ist jetzt sehr schwer. Die Unsicherheit ist riesig, vor allen Dingen auch politisch, aber eben auch wirtschaftlich. Aber es ist ja immer wieder die Rede davon, man könnte Russland mit Sanktionen überziehen. Das ist ja eine Politik, die man natürlich in der Wirtschaft nicht so gern sieht, weil man sich auch Geschäfte damit kaputt macht. Wie ist dieser Balanceakt zu verstehen? Ja, Sanktionen, das klingt natürlich immer dann sehr konsequent, dass man sagt, die einen marschieren ein, die anderen machen dann die Sanktionen. Aber wenn man zum Beispiel Russland dann russischen Banken vom SWIFT-Abkommen abkoppeln würde, dann hätten wir natürlich wieder wie im Kalten Krieg die Separation der Welt in Ost und West. Also all das, was aufgebaut worden ist, ist ja dann kaputt. Die Absatzmärkte in Russland sind dann für lange Zeit wahrscheinlich kaputt. Und die Russen werden sicherlich auch weniger Richtung Europa exportieren, sich viel stärker dann auf China dann besinnen. Das kann niemand brauchen, dass wir dieses Blockdenken wieder haben. Also das sind Fragezeichen, die kann auch eine Industrie überhaupt nicht gebrauchen. Eine Exportindustrie, gerade in Deutschland, möchte Klarheit haben und solche Auseinandersetzungen wie früher. Wir dachten, alles hätten wir hinter uns. Und jetzt kommt dieser Mist schon wieder. Das SWIFT-Abkommen müssen wir kurz erklären. Da geht es um internationale Zahlungssysteme, die eben Zahlungen im internationalen Geschäft vereinfachen. Wie wichtig ist denn der russische Markt für deutsche Unternehmen? Normalerweise müsste man sagen, die einen haben Rohstoffe, die Russen, Gas und Öl und wir brauchen sie. Eigentlich ganz toll. Und wer natürlich dann Öl und Gas verkaufen kann, die russische Wirtschaft, kann auch dann Güter importieren. Aber was wir im Augenblick sehen, ist ja, dass Putins Russland darauf achtet, dass man das, was man bisher eingekauft hat, versucht im eigenen Land zu produzieren. Selbst Käse aus der Schweiz oder aus Italien, da wird dann die Rezeptur einfach genommen. Man macht es selbst in Russland. Das ist sehr schwierig für diese globalen Handelsströme, dass es hin und her geht. Und Russlands Wirtschaft wird natürlich auch weiter leiden, wenn sie diese Einkommen aus Energielieferung nicht mehr haben. Aber nochmal, das Thema Glaubwürdigkeit und Gesichtswahrung, das überschattet jetzt alles. Man hat es leider eskalieren lassen. Der Ukraine-Konflikt wird also höchstwahrscheinlich ein treuer Begleiter durch diese Börsenwoche auch sein. Worauf blicken Sie noch? Die Preise natürlich. Wir kommen aus den USA nochmal Erzeugerpreise, also die Einstandspreise auf Unternehmensebene, die immer so eine gewisse Hindeutung bieten, wie dann die Inflationsrat sich entwickeln könnte. Dann haben wir am Mittwoch das Protokoll der US-Notenbank, wo wir klar erkennen oder deutsch erkennen können, was die US-Notenbank vorhat. Ich glaube ja, im März wird sie eine kräftige Zinserhöhung machen, einfach um zu sagen, wir hauen mal gegen die Inflation, damit keiner sagen kann, wir sind da zu lasch. Was auch im Endeffekt sogar positiver ist, wenn man sagt, wer früher anfängt, wer massiver anfängt, ist auch schneller durch. Das ist ja auch positiv für die Börse. Das ist der Punkt. Wir bekommen die ZEW-Konturerwartungen, die kommen etwas besser rein. Und das darf man sicherlich sagen, auch ihr Analyst. Beim ZEW sind die Analysten ja dabei, die Kreuzchen zu machen. Und die sind eher etwas vorsichtiger, eher vom Stamme-Hasen-Fuß als zum Beispiel bei den IFO-Konjunktureinschätzungen. Aber das ist schon mal ein positives Bild. Aber Herr Wolf, das sagen wir sehr klar hier an der Börse, das oben über uns schwebende Damoktes-Schwert heißt natürlich Ukraine-Konflikt. Das überschattet alles. Und trotzdem läuft es ja in der deutschen Wirtschaft gut. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Wir haben nach wie vor natürlich weltweit einen Nachholbedarf, auch an Industriegütern. In der Corona-Zeit konnte man ja nicht liefern, wollte man nicht liefern. Und jetzt sucht man natürlich händeringend wieder diese Vorprodukte, auch die industriellen Vorprodukte, wo Deutschland immer noch stark aufgestellt ist. Das hilft natürlich ganz enorm. Und der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist ja auch gewaltig. Jetzt bräuchten wir nur noch Sicherheit von der Halbleiterfront, um dann auch noch die letzten Autos ausliefern zu können, die im Augenblick ja vielleicht nicht gestartet werden können, weil speziell dieser Halbleiter fehlt. Wenn das dann auch noch behoben ist, und das erwarte ich eigentlich Ende des Jahres, wenn wir über der Schippschwemme reden, dass wir zu viele Halbleiter haben, dann sollte es einfach von der Vision her sehr gut laufen. Aber ich erwähne nochmal, auch wenn es jetzt langweilig klingt, die Ukraine ist im Augenblick genau das, worauf wir schauen, dem ist als andere unterzuordnen. Genau das werden wir auch tun. Herzlichen Dank, Robert Halver von der Baader Bank. Ja, in der Tat ist es so, dass der Ukraine-Konflikt über allem schwebt. Und der führt auch dazu, dass die Kurse merklich unter Druck geraten. Der deutsche Aktienindex ist mit Verlusten in den neuen Tag gestartet. Und die fallen nicht so knapp aus. 490 Minuspunkte hat der DAX auf dem Montagskonto. 14.935 Punkte, so der aktuelle Stand der Dinge. Ein fröhlicher Blumengruß für die neue Woche sieht sicherlich anders aus. Weitere Informationen rund um Wirtschaft, Börse und Märkte gibt es bei den Kollegen von Tagesschau.de und natürlich auch hier im laufenden Programm. Bis morgen, wenn Sie möchten, machen Sie es gut. Vielen Dank.